ja alles zusammen da bin ich wieder mit einem ja heute ein infovideo und zwar ja es geht folgendermaßen jetzt mal darum ihr habt ja vielleicht mitbekommen beziehungsweise ist im community tab gelesen dass ja ich eine kleine pause mache von den youtube-videos beziehungsweise von den let's plays weil ja freunde ich glaube das passiert jedem youtuber mal dass da so ein bisschen die luft raus ist und das ist bei mir aktuell tatsächlich der fall es tut mir leid für alle die auf die videos täglich warten aber ich habe jetzt so den schritt jetzt erst mal entschieden weil ich brauche definitiv mal eine kleine pause weil ich möchte spielen weil es viel spaß macht und in der letzten zeit habe ich es mehr als arbeit angesehen aber ja deswegen jetzt die pause und die pause wird es zwei wochen gehen das heißt es werden jetzt zwei wochen keine videos kommen diese und nächste woche und dann muss ich mal gucken wie es weitergeht ob ich dann wahrscheinlich wieder aufnehmen werde oder auch nicht oder das wird sich dann alles sehr spontan entscheiden ja wie gesagt noch mal sorry dafür hat auch ein bisschen was damit zu tun dass alles ein bisschen stagniert gerade habe ich das gefühl also youtube scheint immer weniger beliebt zu werden habe ich das gefühl also wenn man sich mal die zahlen vergleicht mag ich natürlich auch mit falsch liegen könnt ihr in die kommentare schreiben ob ihr das so findet aber ich als youtuber empfinde das subjektiv so und deswegen ja jetzt mal diese kleine pause wie gesagt in zwei wochen wird es denke ich mal stand jetzt weitergehen und ich hoffe ihr seid mir nicht zu böse da lag meine frau mich schon ausdrücken an nein alles gut ich hoffe ihr seid mir nicht zu böse und würde mich freuen wenn ihr dennoch auf dem kanal bleibt und ja wir sehen wir hören uns dann wahrscheinlich in zwei wochen wieder also dann bis dann per sibi also dann bis dann per sibi